So, Hallöchen! Herzlich Willkommen zu Ghost Recon Wildlands! Mein Name ist der Franconia. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind hier an dieser Uni-Dart. Diesen Vorposten ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist eher... Ja, keine Ahnung, wie ich es nennen kann, nennen darf, nennen soll. Hier wird quasi... ...alles organisiert, was jetzt der Kampf gegen die Rebellen angeht. So, Uni-Dart-Vogel, dann gehen wir mal hier gepflegt, hier unten rein. Habe ich jetzt hier nicht gerade was grünes gesehen? So, dann checken wir hier nochmal alles ein. Machen Sie mal ein bisschen heller. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Jo, ansonsten... Was gibt's hier noch, Männer? Ui, 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 ui. Na, dann haben wir hier doch einen schonmal. Hier haben wir einen. Dann macht es. Okay, einen haben wir. Ziele fast. Bin bereit. Schieße! Volltreffer! Fuck. Das hat ja super hingekaut, Frau Brunner. Ich traue mich nicht zu schießen, weil ich Angst habe, dass sie ihn nicht treffen. Alter! Den könnten wir nochmal probieren. Alter! Sogar mit Kopfschutz, wer läuft hier? Ach, das ist mein Ding hier. Okay. Okay, Freunde. Hätte ich gesagt, gehen wir nochmal wieder hier runter. Hier gibt's ja nichts Großartiges mehr. Wir müssen allerdings aufpassen, die suchen uns. Sooo... Fuck. Haben die mich jetzt tatsächlich hier gesehen, oder was? Wir sind in das, warte. Wir sind in die Senat, warte. Ich bin da. Die Ziele sind da vorbeigte. Alter! So, und jetzt gibt's richtig Ärger hier, jetzt gibt's aber richtig Ärger hier. So, ich bräuchte Waffen, Waffen, Waffen. Ich will doch mal gern nachladen. Granate kommt, come mierda, Kuleros. Granate fliegt, nehmt das. Jetzt kommt diese Heli-Dub-Dab. Alter! Alter! Alter, die legen ja richtig los, die Jungs, ne? Leg die Jungs auseinander, Alter! Was sind die Obacht, Jungs? Obacht! Verfickte Scheiße! Nein! Nein! Wo sind die Rebellen? Nein, wir sind alle tot! Oder? Ne, einer lebt noch, einer lebt noch. Warum hat das so lange dauert? Halt durch, ich komme zu dir! So eine Scheiße! Mist, Scharfschütze! Alles wird gut, hast du! Oh, alles klar! Das hast du schön gesagt, so gehen immer alles mit hier! Oh, alles klar! Oh, alles klar! Oh, alles klar! Oh, alles klar! Oh. Wo sind die Rebellen, Alter? Urghh! Wo sind die Rebellen, Alter? mit Layla anstreben, achter不會. Boah! Fuck. Oh, oh, Jungs. Alter. So, nochmal nachladen, Jungs. Der Patchy hat sich, der schießt gleich. Der schießt nichts mehr. Nein, tot, Alter. Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Boah, du siehst, was ist das für eine Stufe? Stufe 3 oder was? Alter, das ist doch auch nicht normal, oder? So, wir machen mal blablabla. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir sind. Das Informationslager. Da steht gar nichts, ne? Schwierigkeitsgrade. Das war eben ziemlich verarschen. Das ist nämlich echt verarschen, ey. So, wir checken mal nochmal die Lagerie. Scharfschütze im Turm und das macht drei. Hab noch einen, macht fünf. Die haben ein Luftabwehrsystem. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Alter, ein Luftabwehrsystem haben die. Da ist noch einer, macht zehn. Jo, die haben sie halt drauf, ne? Ich hab hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ich sehe einen Generator. Scharfschütze im Turm. Das ist ein Arschschrank, viele, Alter. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Oh, Jungs. Okay, Ziel markiert. Eröffne das Feuer auf diese Herrsche. Okay, aufatmen. Ach, jetzt haben die Deppmunds auch gesehen. Jetzt haben die Deppmunds auch gesehen, hat er gemeint. Hier sind die Gringos. A todas las Unidades, comiencen el ataque. El enemigo entra la área. Kommen die jetzt, oder? Die kommen jetzt alle hierher, ne? Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Roger. Ziel erfasst. Ziel erfasst. Bin bereit. Du auch. Fuck. Alter, schon wieder tot, ey. Alter, leg mir aber Arsch ohne Witz, ey. Ohne Witz, ey. Das Problem ist, jetzt kommen wir hier halt wieder, ne? Es ist jetzt kein schönes Leben, was wir hier gerade haben. So, ich lad mal hier die Rotze nach. Alter, das gibt's doch nicht. Ich glaub, das schreit gerade nach einer Pause, ne? In diesem Sinne. Oh, ich bin genervt. Ach Gott. Was, was? Ah, mal probieren wir's noch einmal. Aber ich glaub, ich nehme erstmal hier den hoch. Feinde, passt auf. Wer ist ein einsamer kleiner Soldat? Ich seh niemanden. Bei dem Raketenwerfer. Hab noch einen Tango. Seh ein Luftabwehrsystem. Gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Yo, Jungs. Ich hab das Ziel. Hab das Ziel. Er ist erledigt. Schärfschütze im Turm. Puh. Na, wenigstens haben wir jetzt den mal auch geholt, ne? Wenigstens haben wir das erstmal unter Kontrolle. Alter, wie gut die ausgerüstet sind, ne? Alter, willst du mich verarschen? Die Drohne ist oben. Hier sind überall fett Helis. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alter, wie willst du denn das einholen, einnehmen? Alter. Schärfschütze. Oben auf dem Turm. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Macht es, meine Freunde, macht es. okay ziel markiert tango getötet das macht fünf hier sind zwei jungs ich habe jetzt hier mit maschinenpistole halt es in ihren haufen hier ok ich bin unterwegs ich brauche eine bessere position das ziel roger zu markiert eröffnet das feuer der tage nice freundin nice 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 so ich würde gerne auch mal darüber schauen scharfschütze im turm scharfschütze oben auf dem turm ja hier gibt es einige jungs geh in position suche eine gute position so den ersten hast den zweiten auch ziel eliminiert sehr schön aber hier noch was hier aber nichts mehr da ist einer mit maschinenpistolen ja da läuft ja da laufen zwar damit die könnten eigentlich noch so nehmen die jungs sorry dass ich jetzt diesen simultan schuss machen die position ziel markiert so saubermänner ich sehe das ziel ja ich weiß es ist nicht gerade die beste feine englische ort so ein bisschen will ich jetzt hier auch noch was machen so 358 meter 358 meter spinnst du jetzt völlig das war knapp das war knapp das war knapp das war knapp den точeln in der 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 ich habe das ziel sehr schön okay ziel markiert einer weniger na es ist es wird doch es wird doch wie gesagt es ist jetzt hier doch nicht so ganz die feine englische auch was wir dann steuern Huuu Wüste Ich gehe in Position. Ich hoffe, die schnappt ihr euch, Jungs. Na, dauert, ne? Na, ich merke, ihr tut euch schwer, Freunde. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel verloren. Fuck, fuck, fuck. Roger, ich gehe in Position. Ja, und schnappst ihr noch den da drüben, Freunde? Ziel erfasst. Eröffne Feuer. Eindricksack weniger. Sehr schön. Puh. So, ihr werdet natürlich immer noch gejagt. Alter, hier rennen ja noch einige Massig rum hier. Alter, wie viel rennt denn hier noch rum? Sollen wir, warte mal, wir nehmen hier erstmal Munition. So, weißt du was, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Beziehungsweise die Folge wird heute ein bisschen länger. Kann ich euch jetzt schon sagen. Denn wir stimmen, die Marie. Also jetzt nicht im direkten Sinne, ne, aber... was jetzt... was jetzt... was jetzt... abschießen, Männer. Ich sehe das Ziel. Abschuss bestätigt. Markiere Gegner. Steht da mit Einheimischen. Mit Einheimischen? Okay, Männer, okay, Männer. Ist das auffällig, wenn wir jetzt hier reinmarschieren? Schon ein bisschen, oder? Ich hoffe, das klappt so, wie wir wollen. Erledigt. Oh, ich habe jetzt drei, ne? Habe ich jetzt drei Simultanschüsse? Nein. Zurück mit dir, Sie werden dich sehen. Ich habe die Ziele, bereit zum Angriff. Ziele fasst. Bin bereit. Okay, alle bereit, Männer. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Hab ihn, er ist tot. Jetzt kommt ja der Depp. Ja, aber ich glaube, jetzt wird es auch Zeit, dass wir auch mal ein wenig was machen, ne? Jo, hier ist ne Waffenkiste. Setze Drohne ein. Tangos markiert, in Bereitschaft, hab das Ziel. Mein Ziel ist weg. Ziele markiert, auf dein Zeichen. Auf mein Zeichen? Wieso auf mein Zeichen? Roger, Ziel markiert. Kein Ziel, wiederhole. Kein Ziel. Ach, komm schon, Freunde. Hab kein Ziel mehr. Roger, Ziel er fest. Boah. 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 Allzu Schwede. Allzu Schwede, wo ist denn der drin? Unidad-Heli, unten bleiben. Puh, ganz ruhig jetzt. Schnauze, so, liebe Freunde. Dann hätte ich gesagt, wir machen hier einen kleinen Cut. Wird heute doch nicht so lang. Beziehungsweise wird heute eine normale Folge. Und wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu Ghost Recon Wildlands. Macht's gut, Servus, euer Franconia.